Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen hat der Wahlausschuss die Landesliste der AfD in Teilen für ungültig erklärt. Von den 61 benannten Kandidaten wurden nur die ersten 18 anerkannt. Damit kann die AfD möglicherweise nicht alle Mandate wahrnehmen. Zur Begründung hieß es, die Landesliste sei auf zwei getrennten Parteitagen bestimmt worden und nicht, wie vorgeschrieben, in einer einheitlichen Versammlung. Die AfD kündigte eine Klage gegen die Entscheidung an.